Moni lebt momentan von Oma Ingrids Rente und deren Pflegegeld. Das sind im Monat knapp 900 Euro. Damit müssen sie auskommen. Aber alleine die Fixkosten liegen bei ca. 500 Euro. Somit bleiben den beiden nur 400 Euro zum Leben. Dann geb ich dir, glaub ich, schon mal das Geld, wenn du jetzt gleich einkaufen gehst. So, bitteschön. Bei uns sieht's finanziell überhaupt nicht gut aus. Aber wir müssen ja von irgendwas leben, ne? Ingrid hat den perfekten Überlebenstipp. Ach, wir holen einen Salzherring und dann hängen wir den an der Decke und dann lecken Vossersack. Was ist denn das für ein Sprichwort? Kennst du das nicht? Bei allem Spaß. Die Situation ist ernst. Und Besserung ist nicht in Sicht. So, Monique. Tschö. Denk da dran. Sie haben nur das Geld. Weiß ich. Währenddessen laufen die Geschäfte im Siedlertreff. Jules versteht seine Stammkunden auch ohne Worte. So ein paar Stammkunden von morgens machen sich auch schon mal ihre Witze. Und hier dieser alte Spruch, der Bauer erkennt seine Schweine am Gang. Oder irgendwie sowas halt. Aber gut. Wenn du jeden Tag deine Marlboro kaufst oder deinen Kaffee und dein Bild, dann kommt das immer gut an, wenn man das vorher schon hinlegt. Und freut man sich halt. Ich würde jetzt niemals irgendwie einen Flachmann da hinlegen, weil ich weiß, der trinkt sich schon mal gerne einen Flachmann. Das ist dann so vermessen, finde ich so. Ja. Außer den Gärtner Klaus natürlich. Der kriegt seinen Kräuterlikör natürlich hingestellt, wenn er das möchte. Weil der Mann ist eine Legende. Ja, der Mann, der müsste echt Millionen mehr schon auf der Kante haben. Aber der wurde viel, viel leider ausgenutzt. Der ist auch einen Gutgläubigen. Der hat bestimmt mehr Malort als so mancher Schwätzer oder Millionär, der zu viel mit Glück halt auch geschafft hat. Aber der Gärtner, der will gar nicht wissen, was der alles Malort hat und dafür wahrscheinlich nur einen handlanger Lohn gesehen hat. Der geht arbeiten. Der denkt ja gar nicht an krank. Selbst wenn der wirklich krank ist. Der hat einen grauen Stahl, keine Ahnung, bricht sich ein Bein. Da will der trotzdem arbeiten. Der denkt nicht an einen schönen Krankenschein, wie man sich den schon mal nehmen kann, wenn man nicht selbstständig ist. Und sagt, ach, die Erkältung, die haut mich so um für zwei Wochen. Aber nicht bei Klaus. Klaus ahnt nichts von dem Lob des Trinkhallenbetreibers. Der baldige Rentner hat mal wieder mit der Bürokratie zu kämpfen. Vom Staat wird er 1000 Euro Rente kriegen. Zusätzlich hat er noch Anspruch auf eine private Altersvorsorge aus seiner Zeit bei der Eisenbahn. Das ist hier die von der Bundesbahn. Der ist rot. Wie viel ist die Brust? Wie viel gehört. Wie viel gehört in der Bundesbahn? Ja, guten Tag. Mein Name ist Klaus ... Es geht's nicht drüber. Ich war grad beim Rentenamt gewesen, weil ich ja schon 65 Jahre alt bin, ne? Und jetzt hab ich das Problem, jetzt sollte ich bei Ihnen anrufen. Ich wusste nicht, dass das extra war. Jetzt habe ich hier eine Versicherungspolize. Und zwar über 295,76 Euro. Ich habe früher 25 Jahre bei der Bahn gedient. Okay. Ja, ist richtig. Möchten Sie den solchen Antrag zuschicken? Einen Antrag zuschicken? Ja, ist gut. Mit den 295 Euro Privatrente hätte Klaus genauso viel zur Verfügung, wie er aktuell noch als Angestellter bekommt. Er könnte seinen Lebensstandard im Alter also halten und müsste nicht fürchten, in die Armut abzurutschen. Mein Gott, ich lasse mich überraschen und mehr kann ich nie machen. Steffi hat keinen Job und ist die meiste Zeit zu Hause. Deshalb möchte sie es in ihrem Heim auch so schön wie möglich haben. Wendestreichen ist angesagt. Aber schon das Ausmessen wird zur Herausforderung. Ich habe mich noch ein bisschen vermessen, oder? 2,15 Meter. Was habe ich denn da gemessen? Da waren wir. 1,80 Meter plus 90 Zentimeter sind 1,80 Meter, 2,80 Meter, 2,70 Meter. Also 2,70 Meter. Okay. 1,80 Meter. 2,70 Meter. 1,80 Meter. 1,80 Meter. 1,80 Meter. 2,70 Meter. Acht, neun, zehn. Zehn? Zehn Meter? Ah ja, die Decke muss ich auch noch mit einberechnen, ne? Und das ... ... circa ... ... drei ... ... sechs, dreißig, sechzig ... ... Quadratmeter. Machen wir mal 20. Sind 60, sind 80. 20, sind 100. 100. Ja, und die Decke? 120. Und dass das hier natürlich dann ordentlich gestrichen ist, das ist mir sehr, sehr wichtig. Weil ich jetzt auch länger dafür gespart hab, dass ich renovieren kann. Ich denke mal so um die 200 Euro. Also 250 hab ich so an der Seite. Und ich denke mal, damit müsste das ja reichen. Hoffe ich. Nein, es wird reichen. Zwei Etagen tiefer geht es Oma Ingrid nicht gut. Zu den Geldnöten quälen sie jetzt auch noch gesundheitliche Sorgen. Die 69-Jährige muss ins Krankenhaus. Angst bei's. Ich glaub, ich hätte doch die Handtasche mitnehmen sollen, Monik. Ach. Da hab ich da auch noch Tempotücher drin, ne? Du hast doch Ziva, das reicht doch. Meinst du, die Rolle reicht? Ja, dann bring ich dir halt noch mal eine mit. Dass du morgen dann eine mitbringst, wenn du überhaupt morgen kommst. Mir ist es komisch. Angst hab ich ein bisschen. Aber das vergeht gleich. Unruhig. Selbst in einer solchen Situation ist kein Geld für den Bus da. Moni und Ingrid müssen den Weg ins Krankenhaus zu Fuß gehen. Ich hab keine Lust, Monik da rein zu gehen. Ja, der muss da aber rein. Willst du dir den nicht zwischen den Beinen? Weiß ich nicht, ob der da geht. Klar. Monik, jetzt fang nicht an. Lass uns da hinkommen. Ich hör auf, so einen Stress zu machen. Ja, oder du. So geht das besser. Noch weiß Ingrid nicht genau, wie lange sie im Krankenhaus bleiben muss und Moni auf sich alleine gestellt ist. Die Monik, die kommt ganz alleine, klar. Die war doch vorher auch alleine. Die macht das schon. Die Selbstständiger wie die Oma. Im Krankenhaus soll Ingrids Lunge genau untersucht werden. Eine Routineuntersuchung hatte Auffälligkeiten ergeben. Auch Olaf kämpft mit seiner Gesundheit. Neben seinem Körpergewicht von 204 Kilo leidet der 48-Jährige an Nierenversagen. Die Dialyse zehrt an seiner Substanz. Ich hab so viel mit Krankheit zu tun. Ich muss gucken, dass ich das alles voreinander kriege seit jetzt die Dialyse. Ich mein ganz nebenbei, meine Leber ist im Arsch. Mein Herz ist angegriffen. Die Lunge macht nicht mehr mit. Das sind alles so Sachen, dann hab ich gichtige Knochen. Ich glaub, mir wär ein Tag ohne Schmerzen, ohne Beschwerden, wär mir lieber wie in Millionen gewinnen. Wir haben die Bewohner gefragt, ob Existenzsorgen die Gesundheit beeinflussen. Also ich glaube, Geldsorgen machen einen krank, ja. Weil man nur sich den Kopf am Tag gerübeln ist, was mach ich, wie kann ich's machen. Das sind einfach Sorgen, die man eigentlich nicht braucht. Und ich bin der Meinung, dass es krank macht. 80 Prozent der Kunden würde ich sagen rauchen oder 85 Prozent, würde ich jetzt mal so grob schätzen. Und alle die sind auch meistens dann auch mal ein Bier am Trinken oder so. Geht natürlich auch bei manchen mal ein Wodka. Ist hart. Ist ein zweischneidiges Teil für mich. Einerseits ist das Umsatz und irgendwie bereicher ich mich daran. Andererseits verkaufe ich denen eigentlich immer wieder den näher kommenden Tod. Ist schon hart. Gesund zu bleiben. Das ist mein größter Wunsch. Gesund zu bleiben. Gesundheit ist natürlich auch vergänglich. Vielleicht wird am besten eine neue Lunge zu haben. Ja, ich rauch nun mal schon viel zu lange. Eine neue Niere, dünn werden. Mein Gott, ne. Es gibt so viele Träume. Nur was ist davon wirklich zu realisieren? Mit Hartz IV die wenigsten Sachen. Jägen. NÄPT die linden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017